Jetzt habe ich ein Hecht dran, der ist über einen Meter. Ich weiß gar nicht, wie ich den landen soll, hier ohne Kescher. Meine Fresse. Dreimal gekurbelt, da war das Ding dran. Das Auge ist einfach mal so groß wie mein Daumen. Das ist ein Wahnsinns-Tier, ich kann nicht vernünftig messen, kann keine vernünftigen Fotos machen, aber 1.15 müsste er sein.